aus meiner freunde wir machen weiter fifa 23 warm-up challenge einfach nur im bronzeteam abgeben und was geile bekommen da sind auch schon 1 von 3 84 plus gold spieler bei die anderen maler hat man eigentlich gut glück gehabt meine freunde haben wir immer was schönes gezogen mal gucken ob es jetzt genauso wird jawohl wird sie noch mal kutoire den haben wir letztens irgendwann abgeben sehr schön einwandfrei einwandfrei und dann kriegen wir ja noch unseren bonus von der warm-up challenge meiner freunde 85 plus fünf spieler pack die nehmen wir natürlich auch gleich noch mit da ist es doch schon 85 plus fünf spieler pack sehr nice 85 plus darauf ich mir noch mal was richtig geile drin und 10 85 als obendrauf belohnung wir fangen an mit dem 85 fünf spieler pack noch mal ein trotz das wäre natürlich jetzt mega geil da so viele karten draußen ja sehr schön das gerinn ja der alte kacker kann man jetzt nicht wirklich hier brauchen aber viele spc einwandfrei ihr wollt ihr bi rodri sterling hol hola meine freunde hola das war ja eine richtig gute pack gewesen das ist ja schon mal neues zack drinnen verein mal gucken ob das 85 plus mal 10 genauso wird ich bin gespannt ich denke schon jetzt haben wir richtig glück gehabt ich glaube heute ist der tag meiner freunde ist der tag wie zu ziehen natürlich wieder gleich ein potz sehr nahe sures haben wir jetzt so gesehen er ist sehr nah ist das war ja mal wieder einer der besseren trotz und werner noch um meine fresse alter dann wird mir doch mal ein pack immer der rest ist nicht an zu gut müller kann ich eigentlich ohne gebrauchen werner auf werner bin ich sehr sehr gespannt den schiff schifter den kann ich eigentlich richtig gut gebrauchen obwohl ich eigentlich auf meiner rechten seite die natale habe aber ist ja sehr leistet ist das ist aber ein geiler pack jungen sehr sehr leist leute wenn ihr gemacht habt die warm-up stellen schreibt unbedingt in die kommentare hinein was ihr da so geile drinnen hatte ja